Red Star Rising... Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Ceph-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen sich auf die Ceph aufschalten? Hoppet! Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet, die Naniten in ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Ceph werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ja. Hier verschließen sich wieder ein paar Verbindungen, die ich darüber nicht mehr in Erinnerung hatte. Ich habe noch mal eine Verbindungen, ja. Können wir denn da rein, oder? Steuerung, ey, die machen mich noch irre. Mann, ich drücke auch mal... Ja. Das drückst du mal zu. Also, wo ist das? Wo ist das denn? 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 Mein Carrier. Das habe ich denn da eigentlich dran. Ich muss das nicht sehen, um es so einregeln. Oh. Was ist das denn? Ich muss das nicht sehen. Ne Scarab-Modden. B. Was habe ich denn da eigentlich dran? Unterlauf von Neortwerfer. Und Null-Semper. Das ist Raygun. Okay. Beide immer Muni brauchen wir nicht Wann muss das liegen gehen? Auf der 3 ist der Bogen Genau, wir haben auf der 3 Dann müsste er auf der 1 sein Wir sterben Was ist das? Ähm Ne, ich hol den an der Wand mal Er hat auch geschaffen, das nicht? Ich könnte durchaus rechter Unter mir ist einer Trimwind Fein Was wollen wir das wissen? Weiter okay da kommen wir jetzt mal die da kommen wir jetzt ein 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 Pfeile. Nice one. Das ist in der eine. Okay, was muss man zu dem Ding? Maximale Panzer. Das ist mein Carrier. Okay. Ich seh es. Jetzt. Ich. Wir. Sind sie vermutlicht. Prophet? Prophet? Sind sie da? Sind sie okay? Sie greifen sie nicht an. Mein Gott. Wir halten sie für eine Zeph. Nein. Tun sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha Zeph. Ich bin der Alpha Zeph. Prophet? Prophet? Das ist zu gefährlich. Sie verlieren sich an die Zeph. Prophet? Norin! Nein. Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so... mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha Zeph. Sie müssen da raus, Prophet. Schön. Was ist das Schönes? Ich bin nie der FPS. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Ich, äh... Ich erleide keinen Schaden. Das ist ein krasser Motherfucker. Das ist ein krasser Motherfucker. Deswegen wird das Künstschwer. Es ist vorbei. Fletch. Ich kann mich eigentlich an den Toten Tafels nicht mehr erinnern, ob ich den Ärmel durchspielte, wo er rauskommt. Hä? Profit, wir müssen uns treffen, schnell. Die Situation ist außer Kontrolle. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, kann ich diese Energie selbst nutzen. Profit, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In einer Stunde könnte er hier sein. Außer dem evakuierten Cell alles, außer einer Anlage, ungefähr fünf Klicks von hier. Scheint eine Leitstelle für den Satelliten zu sein. Dringen Sie mich da rein, dann schalten wir Archangel gemeinsam ab. Sind Sie dabei, Soldat? Ja, Ma'am! Alter, jetzt hör doch mal auf sich zu bewegen. Ich kann dich doch nicht blockieren. Ich kann dich doch nicht blockieren. Ich kann dich doch nicht blockieren. Das ist gut zu wissen. Ich kann dich doch nicht blockieren. Ich kann dich doch nicht blockieren. Das weiß ich auch nicht mehr. Aber letzten München machen Sie. Sie spielen. Gehen wir! Er ist noch nicht überraschend! Scheiße! Ja, eine Lucha! Miss! Moment, es ist noch ein. Okay, es ist noch ein. Okay, das ist noch ein. Okay, es ist noch ein. Jetzt liegt ein kleiner Ficker. Und jetzt ist es noch ein. Okay, es ist noch ein. Es ist noch ein Meter. In die Richtung. Ich frage mich, wie taunt der eigentlich die Waffe immer mit? Nein, es ist ja nur eine Waffe. Eine ganz stinknormale Waffe. Über Waffe. Die haben wir schon mal gehackt. Aber wir müssen jetzt auch mal. Die sind ja jetzt auf unserer Seite. Das ist noch ein. Hier wird meine Dauer. Z-Bot-Scar. Okay, das ist C4. 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 Wasser. Dass ich mal alles markieren muss. Das ist noch ein. Info-Download. Okay. Was? Kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Wie werfe ich die eigentlich weg mit? Ich smell gar nicht. Wie kann ich das First Amendment machen? Wied if I had to know. Das heißt, dass ich das丸 die 2 werden muss. Die ist jetzt wieder. Okay. Was natürlich. Ach ja.